Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja ihr Lieben, ich habe mich sehr doll darüber gefreut, dass ihr mir zahlreich neue Fallvorschläge geschickt habt. Das dürft ihr auch gerne weiterhin machen, da freue ich mich und meine Liste kann ich dann ein bisschen erweitern. Und freue mich auf alle neuen Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind. Ein herzliches Willkommen an euch. Eigentlich euch erwarten hier so im Schnitt, wenn ihr meinen Kanal bei YouTube oder auch auf den Podcastportalen abonniert, zwei bis drei Folgen die Woche, mal kürzer, mal länger. Hauptsächlich über Fälle aus Deutschland, die geklärt, ungeklärt oder auch, ja, Vermisstenfälle sind zum Beispiel. Das erwartet euch hier so auf meinem Kanal. Ich möchte meinen Kanal auch jetzt demnächst ein wenig ausbauen im Laufe dieses Jahres. Dazu werde ich dann aber nochmal mehr bekannt geben, wenn es soweit ist. Ja, ihr Lieben, heute habe ich nach längerer Zeit mal wieder einen geklärten Fall für euch, der mir wirklich sehr unter die Haut gegangen ist. Und ich freue mich, wenn ihr diesen Fall am Ende kommentiert und eure Meinung dazu niederschreibt, ob ihr den Fall gekannt habt und was ihr zur Rechtsprechung in diesem Fall beispielsweise sagt, weil die war für mich mal wieder ein absoluter Hohn. Heute möchte ich mit euch über den geklärten Mordfall von Andrea K. reden. Andrea K., die im Jahr 2020 im Alter von nur 19 Jahren verstorben ist. Andrea wuchs in Helmstedt auf und hatte insgesamt noch drei Brüder. Ihr Bruder Gregor ließ mal in einem Interview verlauten, dass sie keine so gute Kindheit gehabt hatten. Andreas Mutter verließ die Familie früh und saß damals eine Haftstrafe in Polen ab. Andreas Vater kümmerte sich um die Kinder, war aber stets überfordert und so kam Andrea, so wie ich es gelesen habe, auch die anderen Kinder, teilweise in Heimen oder Pflegefamilien unter. Insgesamt also zu dem Anfang ihres so jungen Lebens schon kein leichter Start. Später, im Jahr 2010, holt der Vater Andrea wieder zurück nach Hause. Es war trotz allem wohl ihr fast einziger Halt im Leben. Andrea war ein typisches Mädchen, sie liebte Mode und Musik. Aber so schwer ihr Leben bis dahin auch schon war und die Kindheit, wahrscheinlich auch alles andere als leicht war, begann Andrea mit 14 Jahren schon, Drogen zu nehmen. Eine andere Zeitung berichtete sogar von elf Jahren. Mit 16 Jahren bekam Andrea ihr erstes Kind, ihre Tochter Melinda. Der Vater des Kindes verlässt Andrea allerdings. Nachdem ihre Tochter dann ein Jahr alt geworden ist, kam schon ihr zweiter Sohn Janosch auf die Welt, aber auch der Vater des Kindes verlässt Andrea. Aber nicht nur das. Andreas Vater, der scheinbar trotz der schweren Kindheit ihr einziger Halt im Leben war, stirbt mit nur 43 Jahren an Blutkrebs. Danach begann Andreas Leben wohl immer mehr an Halt zu verlieren. Ihre beiden Kinder kommen aufgrund des Drogenkonsums in Pflegefamilien unter. Andrea besucht diese dort wohl aber regelmäßig, sofern es ihr Zustand zugelassen hat. Und eigentlich war auch ihr Plan, kurz vor ihrem Tod 2020, ihr Leben zu ändern und die Kinder wieder zurückzuholen. Aufgrund des Drogenkonsums oder einer erblichen Vorbelastung, das ist nicht genau klar, begann im Jahr 2018 bei ihr eine paranoide Schizophrenie. Wer jetzt nicht genau weiß, wie sich diese paranoide Schizophrenie äußert, bei dieser Schizophrenieart hat man unter anderem Verfolgungswahn, Halluzinationen, man denkt zum Beispiel, dass Menschen einem Böses wollen, sie hören dann auch Stimmen, die Betroffenen oder bilden sich zum Beispiel ein, jemand völlig anderes zu sein, das kann Jesus sein oder ein Popstar oder irgendjemand anderes. Im Jahr 2019 beschließt Andrea aufgrund ihrer Drogensucht als Prostituierte zu arbeiten, damit sie ihren Konsum finanzieren kann. Über eine Freundin, bei der sie eine Zeit lang lebte, lernte sie Diego D. kennen, einen 21-Jährigen unter anderem Vorbestraften wegen Diebstählen oder Taxizechprellereien. Auch er ist drogensüchtig, beging unter anderem Betrug und seinem Konsum zu finanzieren, so beschrieb es zumindest das Mindener Tageblatt in einem Artikel. Für Andrea war Diego ihre große Liebe, er versprach ihr ein sorgenfreies Leben. Später vor Gericht will Diego D. davon allerdings nichts mehr wissen, lediglich von Mögen war dort die Rede und von gelegentlichem Sex. Diego sagt später auch, Andrea habe wohl gelegentlich Sex mit Bekannten für Geld gehabt und hätte ihm vorgeschlagen, mit ihm zusammenarbeiten zu wollen, dass er quasi ihre Schutzperson wird, ihr Zuhälter. Er solle zu Anfang seine Wohnung in Bad Harzburg dafür zur Verfügung gestellt haben. Er machte Termine mit Freiern aus und bot sie auf markt.de an. Er kaufte Andrea gelegentlich Kleidung oder Essen, behielt aber das meiste Geld, was Andrea verdiente, für Drogenkonsum der beiden ein. Schon sein eigener Drogenkonsum sollte pro Tag ca. 150 Euro gekostet haben. So richtig soll die Prostitution für Diego D. wohl erst 2020 begonnen haben, während ich in anderen Artikeln auch vom Gerichtsprozess auch etwas von 2019 gelesen habe. Das ist wohl etwas undurchsichtig, das Ganze. Er soll jedenfalls der Schlüssel zur Prostitution von Andrea gewesen sein, der Anfang von allem Übel, was da noch kam. Was aber wohl feststeht ist, dass diese paranoide Schizophrenie bei Andrea 2019 immer schlimmer wurde. Zu dieser Zeit hatte sie schon starke Halluzinationen, war auch in Kliniken und die Medikamente nahm sie aber leider nicht, die sie da bekam. Oder zumindest nicht regelmäßig, was bei Drogenkonsumenten ja auch, ja, dann sehr schwierig ist, denke ich mir mal. Diego D. besuchte in Nienburg seiner Heimatstadt gelegentlich seinen Patenonkel. Über ihn lernt er später auch den Hauptangeklagten kennen, der als Zuhälter und Drogendealer bekannt war, Stefan K. Dieser hätte Andrea eines Tages mal für eine Stunde mitgenommen. Für Diego wurde Andrea zu unlukrativ und er häufte immer mehr Drogenschulden bei Stefan K. an, sodass man sich irgendwann für ein Probewochenende Anfang April 2020 verabredet habe. Dies fand in einem Hotelzimmer in Nienburg statt, oberhalb einer mexikanischen Bar. Dort sollte Andrea weiter anschaffen gehen und geplant war, dass Stefan K. Andrea kauft. Für 2.000 Euro und 600 Euro Drogenschuldenerlass, den Diego D. bei Stefan K. angehäuft hatte. Als der 21-jährige Diego dann an einem Mittag an diesem Wochenende nach Andrea schauen wollte, war sie in einem schrecklichen Zustand. Aufgrund ihrer Drogensucht und dieser hochpsychotischen Phase der Schizophrenie von ihr, hatte sie sich einuriniert. Überall war Essen verschmiert, auf dem Bett, auf dem Fernseher. Es sah wüst aus, das Zimmer habe ich auch auf Bildern gesehen, es war komplett verwüstet. Das Zimmer musste danach sogar neu hergerichtet werden und gestrichen werden vom Betreiber. In dieser Situation hätte man Andrea Hilfe holen sollen. Dies wirft auch die spätere Staatsanwältin Diego D. vor, der tat dies aber nicht und nahm Andrea erst mal da aus diesem Hotelzimmer dann raus. Er entschloss sich dann, trotz dieses katastrophalen Gesundheitszustandes von Andrea, sie in der darauffolgenden Nacht ihrem neuen Zuhälter Stefan K. zu übergeben. Auf einem Parkplatz einer Nienburger Pizzeria am Nordringkreisel fand diese Übergabe statt. Zuvor hatte Diego wohl noch überlegt, sie in diesem Zustand lieber vor einer Behinderteneinrichtung, Klinik oder im Wald auszusetzen. Letztendlich waren es aber die 2.000 Euro und der Drogenschuldenerlass, die ihn dazu verleitet haben, Andrea auch in diesem katastrophalen Gesundheitszustand einfach wie eine Ware weiter zu verkaufen. Nachdem dann nach kurzer Zeit Stefan K. und sein Komplize, der ebenfalls Stefan heißt, gesehen haben, dass Andrea in so einem Zustand keine Kunden mehr bedienen konnte, so haben sie Andrea dann am 7. April in das Wohnhaus von dem damals 40-jährigen Stefan K. und seiner neuen 30-jährigen Lebensgefährtin gebracht. Einen Tag darauf schon brachten sie Andrea dann in die Garage, die an dem Haus angegrenzt war. Sie haben Andrea in dieser Garage festgehalten, sie dort geschlagen, geknebelt und wohl auch gewürgt. Laut der Anklage vor Gericht hatte sich Andreas Zustand noch mehr verschlechtert, so dass sie von den drei Angeklagten, also dem Zuhälter Stefan, dem Freund von Stefan K., sowie seiner Lebensgefährtin in dieser Garage bewacht wurden. Andrea habe in dieser Garage wohl auch phasenweise sehr laut geschrien, weshalb wohl in der Garage laute Musik angestellt wurde. Ich habe in einem Video der Bild-Zeitung auch gesehen, wo diese Garage liegt. Sie lag mal wieder in einer gutbürgerlichen Wohngegend. Niemand hörte scheinbar Andreas Schreie dort oder wollte sie vielleicht auch nicht hören. Und in dieser Zeit meldete sich Andrea natürlich auch nicht mehr bei ihrer Familie oder Freunden und auch ihr Bruder Gregor äußerte in einem Interview, dass er spürte, dass irgendwas nicht stimmt. Später sollen ihn dann Polizisten gesucht haben und ihm die Todesnachricht seiner Schwester überbracht haben. Denn am 28. April 2020 fand ein Binnenschiffer in der Weser bei Balge in Niedersachsen, an der Brücke 46 Andreas Leichnam. Sie war nackt und ihre Hände waren gebunden mit einem Bondage-Knoten, der auch um ihren Hals führte. Immer wenn sie sich also bewegt hatte, zog sich ihr Hals zusammen dabei, wenn sie ihre Hände dann eben über dem Rücken, die da ja festgemacht waren, bewegt hatte. Aber nicht nur das, Andrea fand man in der Weser festgebunden an einen über 21 Kilo schweren Betonklotz bzw. einer Betonplatte. Die Polizei suchte damals Zeugen, die etwas zu diesem Mordfall sagen könnten. Als die Polizei dann eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt hatte, wurden danach Diego D. und sein Komplize sowie die drei Hauptangeklagten in U-Haft genommen. Später dann im Herbst 2021 begann der Prozess der Hauptangeklagten. Die Staatsanwältin äußerte, dass die drei Andrea als Objekte betrachtet haben, ohne jegliches Mitgefühl. Der Plan, dass Andrea zu Tode kommen sollte, kam dann daraus, dass sie ja kein bisschen mehr mit ihr verdienen würden oder konnten zu dem Zeitpunkt. Die 39-Jährige, die ja die Freundin war von dem Hauptangeklagten, war scheinbar eifersüchtig auf Andrea, wollte sie sogar gefesselt auf die Bahngleise legen. So kam das in dem Gerichtsprozess zur Sprache. Da muss man auch erstmal schlucken, wenn man das hört, wenn ihr mich fragt. Auch kam die 29-jährige Ex-Freundin des Kumpels von dem Zuhälter Andreas, der auch mit angeklagt war zur Sprache. Sie sagte, sie wolle Andrea in der Garage des angeklagten Paares in Nienburg gesehen haben. Ihr Ex-Freund habe ihr berichtet, dass der ein 40-Jährige Andrea gewürgt habe und in die Weser geworfen habe. Aber auch machte sie widersprüchliche Aussagen. Mal wollte sie Andrea auch mal nuschelnd auf einer Isomatte liegend gesehen haben. Zuvor habe der Freund von Stefan K. seiner damaligen Freundin dann erzählt, er hätte ein dickes Problem. Er hätte aber nicht angesprochen, um was es sich da handeln würde. Auch äußerte sie im Prozess, dass nach dem Fund in der Weser Andrea bei ihm und ihr Zuhause noch oft Thema war. Er habe damit, so äußerte er ihr, allerdings nichts zu tun. Er habe ihr nur mal erzählt, dass er Andrea in dieser Garage zweimal wiederbelebt hat und dass sie da nicht mehr geatmet hat. Ob man das jetzt als nichts zu tun abtun kann, das stelle ich mal ganz stark in Frage. Auch soll der Hauptangeklagte der Zuhälter Andreas wohl versucht haben, sie dreimal zu erwürgen. Dies hat aber nicht funktioniert. Sie äußerte dann, dass es nicht ihr Ex-Freund war, sondern Andreas Zuhälter Stefan, der Andrea in die Weser geworfen hätte. Aber sie sagte ebenso aus, und das war wohl vor Gericht nun ganz neu, dass er sie wohl erst an der Weserbrücke versucht hat zu erwürgen, oder sie gewürgt habe, besser gesagt. Ja, sie machte also sehr widersprüchliche Aussagen vor Gericht. Der Richter äußerte in diesem Prozess auch, dass es einer seiner kompliziertesten Fälle in seiner gesamten Laufbahn gewesen wäre. Es war nämlich leider so, dass die Zeugen in diesem Prozess entweder ihre Aussage verweigerten oder so vollgepumpt mit Drogen dort angekommen sind, dass sie nicht einmal eine richtige Aussage treffen konnten oder man diese stark anzweifeln musste. Auch spielte im Prozess eine große Rolle, ob Andrea noch gelebt hat, als sie in die Weser geworfen wurde oder nicht. Ein Gutachter bestätigte mehrfach auf Nachfrage, dass Andrea noch gelebt haben muss. Dies hätte die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben und auch die Staatsanwältin ging da stark von aus, dass Andrea noch gelebt hat. Denn es ging dabei vorwiegend um das Ergebnis einer Diatomenuntersuchung. Man war sich nicht sicher, ob bei den ersten beiden Gutachten Proben eventuell kontaminiert worden sein konnten. Bei dieser Untersuchung nämlich wurde ein Stück aus dem Oberschenkelknochen von Andrea entnommen. Diätomene, auch Kieselalgen genannt, befinden sich nämlich in vielen Gewässern. Sie gelangen durch Einatmen in den Körper. Ist der Mensch noch am Leben, transportiert der Blutkreislauf die Diätomene in die Lunge, weiter in die Organe, in die Nieren und schließlich ins Knochenmark. Dort können sie dann im Knochenmark bei einer Punktion gezählt werden. Findet man in 5 Gramm Knochenmark mehr als 20 davon, sei davon auszugehen, dass der Mensch ertrunken ist. Bei Andrea fand man 30 davon. Bis 1980 konnte man diese Untersuchung auch bei Tieren durchführen, um diese Ergebnisse zu bekommen. Aber am Menschen wurde das natürlich nie durchgeführt und nie getestet. Man wirft ja einen Menschen nicht zum Ertrinken aus Testzwecken irgendwo ins Wasser. Der Richter bleibt deswegen skeptisch, da noch kein Fall vor Gericht verhandelt wurde, wo aufgrund nur dieser Diätomene ein Urteil gefällt wurde. Auch seien aber bei Andrea noch typische Flecken an der Lunge gefunden worden, die auch auf Ertrinken hindeuten. Auf Nachfrage gibt der Gutachter auch zu verstehen, dass ein psychotischer Mensch den Prozess des Ertrinkens aber klar miterleben kann. Also Andrea hat wahrscheinlich, wenn sie ertrunken ist, wovon man eigentlich ausgehen muss, hat sie das wahrscheinlich alles miterlebt, wenn das denn so passiert ist. Leider konnte man aufgrund der Fäulnis, da Andrea ja circa drei Wochen in dieser Weser schon gelegen hatte, nicht mehr feststellen, ob sie wirklich am Leben war, als sie in die Weser geschmissen wurde, muss man sagen. Oder ob sie sich vielleicht noch gewehrt hat, ob irgendwelche Kampffspuren da waren oder Hämatome oder sowas. Das konnte leider alles nicht mehr festgestellt werden. Am Ende kam der Richter dann zum Schluss, dass man nicht genau festmachen konnte, ob Andrea noch gelebt hat, als sie in die Weser geschmissen wurde oder nicht. Auch konnte sich nicht klären, wessen DNA in den Vaginalabstrichen von Andrea gefunden wurde. Das waren nämlich keine der Angeklagten. Man mag sich also kaum vorstellen, was Andrea in ihren letzten Tagen dazu in einem psychischen absoluten Ausnahmezustand, wohl durchgemacht hat. Der Prozess war so schwierig, weil die Zeugen nicht geredet haben, weil sie nicht imstande dazu waren und man nicht genau feststellen konnte, wie Andrea denn zu Tode kam, obwohl es meiner Ansicht nach genug Gutachten dazu gab, die aufschlussreich waren. Am Ende wurde der Hauptangeklagte, der seine Arbeitsstelle schon verloren hatte, weil er mit Drogen dealte, und zwar im großen Stil, eine Haftstrafe von acht Jahren verhängt. Wegen schwerer Zwangsprostitution, Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, versuchte sexuelle Nötigung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassen verurteilt. Also, dass diese gefährliche Körperverletzung durch eben das Unterlassen Andrea verstorben ist. Die Lebensgefährtin des Zuhälters von Stefan K., die 39-Jährige, wurde wegen Beihilfe zur Zwangsprostitution, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten sexuellen Nötigung, gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen und unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln zu zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Der Komplize, der Freund des Zuhälters, erhielt drei Jahre und neun Monate Haft. Es wurde darauf allerdings im Oktober 2021 bei dem Prozess direkt Revision eingelegt. Aber wenn man sich jetzt diese Strafen mal anhört, schon alleine auch von der Lebensgefährtin, Beihilfe zur Vergewaltigung, Beihilfe zur versuchten Vergewaltigung oder auch schon allein die Vergewaltigung vom Hauptangeklagten und natürlich das Unterlassen, durch das Andrea gestorben sein soll, auch wenn das für mich sich anders darstellt. Aber gut, sie wurden jetzt so verurteilt. Wenn man dann sich diese Strafen dazu anhört, dann ist das wirklich ein absoluter Hohn für die Opfer, kann ich dazu wirklich nur sagen. Und auch Diego D. und sein Mithelfer, die Andrea ja erst an Stefan K. verkauft hatten, bekamen Haftstrafen, die in einem anderen Prozess allerdings festgelegt wurden. Diego wurde nach Jugendstrafrecht, weil er ja erst 21 Jahre alt war, verurteilt. Er erhielt wegen Menschenhandels vier Jahre und drei Monate Haft. Sein Komplize Mark R. wurde wegen Beihilfe zum Menschenhandel zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Das Haupturteil der Hauptangeklagten war für Gregor, dem Bruder, sowie für die Prozessbeobachter, Freunde und viele Menschen, die von Andreas' Fall hörten, mich allerdings eingeschlossen. Ein absoluter Schock. Man konnte den Tätern einfach nicht genau nachweisen, wie Andreas starb. Und deshalb ja eben dieses völlig milde Urteil meiner Ansicht nach. Denn die Staatsanwaltschaften, auch diese Nebenklage, also Gregor, der Bruder von Andrea, und sein Anwalt waren für lebenslange Freiheitsstrafe. Nur die Verteidigung der Angeklagten war eben für Totschlag. Und eigentlich kann man schon fast sagen, ist das eigentlich wirklich im Zweifel für die Angeklagten gelaufen. Der Prozess, wenn man auch diese ganzen Sachen wirklich hört, die denen vorgeworfen werden. Und Andrea so qualvoll starb. Für mich ist das, auch wenn es alles schwer nachweisbar ist, angeblich, für mich ist das kein Tod durch Unterlassen, wenn man das alles so hört. Aber durch diese ganzen verschiedenen Zeugenaussagen auch, war es wohl wirklich sehr, sehr schwierig, für den Richter da überhaupt irgendein Urteil zu fällen. Meiner Ansicht nach sind acht Jahre aber überhaupt in keiner Weise gerechtfertigt. Es hätte viel, viel, viel mehr sein müssen. Und wenn ich mir vorstelle, auch dieser Fall hat mich wirklich so bewegt. Andrea, 19 Jahre alt, zweifache Mutter, hat in ihrem Leben wirklich nicht viel Sonne gesehen, kann man so sagen. Und dann kommt sie in den Verlust ihres Vaters. Dann kommt sie in die Drogensucht. Dann hat sie diese Kinder, die sie verloren hat. Hat, glaube ich, in ihrem Leben immer nur Liebe gesucht. Und einen Halt im Leben. Und dann wird sie prostituiert. Und hat diese schwere psychische Störung dadurch vielleicht auch noch bekommen, durch ihre Drogensucht. Und wird dann so grauenhaft gequält und einfach in die Weser wie ein Gegenstand geschmissen, wenn man sich das vorstellt. Und dann kriegen die ganzen Angeklagten, diese ganzen fünf Leute, die da verurteilt wurden, so milde Strafen für ein Menschenleben. Es ist so grauenhaft. Und mich hat dieser Fall so bewegt, weil es eben so ein junges Mädchen ist, die nichts von ihrem Leben hatte, die eigentlich wirklich, glaube ich, nur gelitten hat und wenig, wenig, wenig Sonne in ihrem Leben gesehen hat. Und ich habe von der BILD eine gute Doku gefunden. Ich weiß, BILD ist immer umstritten. Und auch von Crimespot heißen sie, glaube ich. Ich verlinke das alles mal in der Infocard für euch. Dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da spricht auch Gregor, der Bruder von Andrea, in diesen Filmen, die man da sehen kann. Und das ist so ein familiäres Schicksal, was die auch hatten. Die hatten einfach wirklich kein gutes Leben. Das hat er auch mal in dem Interview geäußert. Und dann stirbt die Schwester auf so tragische Art und Weise. Und Andrea, das nimmt mich so mit, was dieses junge Mädchen erleiden musste. Ich weiß, ich habe auf meinem Kanal hier sehr, sehr krasse Fälle, auch was Kinder angeht, denen sehr viel Leid zugefügt wurde. Aber manche Fälle bewegen mich eben besonders. Und das ist Frauke Liebs, das ist Tristan Brübach. Das ist jetzt auch der Fall von Andrea. Und eigentlich bewegen mich alle meine Fälle. Aber das sind so Fälle, die mich irgendwie besonders packen, weil man es irgendwie so nachempfinden kann, was ein Mensch vielleicht auch durchgemacht hat in seinem Leben. Ja, ich wünsche den Angehörigen, falls sie diesen Podcast, diese Folge jemals hören sollten, wirklich so, so, so viel Kraft für ihr weiteres Leben. Und dass sie irgendwann mit diesem Verlust, mit diesem Schicksal umgehen lernen. Und ja, ich finde es einfach nur überhaupt nicht gerechtfertigt, was da für eine Strafe für die Angeklagten zustande kam. Das hätte viel, viel, viel mehr an Strafe sein müssen, meiner Ansicht nach, weil ein Menschenleben ist viel mehr wert. Und ja, Andrea hätte man wirklich wünschen können, dass sie von den Drogen weggekommen wäre, dass sie ihre Kinder zu sich hätte holen können und ein glückliches Leben hätte führen können. Aber leider ist es alles anders gekommen. Und auch, ja, durch falschen Umgang und durch einfach falsche Menschen, die, ja, eine Frau wie eine Ware einfach weggeworfen haben oder einen Menschen einfach weggeworfen haben in dem Fall. Ja, meine Lieben, das war wieder eine harte, eine harte, harte Folge heute. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Und ich freue mich wie immer auf Kommentare oder Likes auf den Podcastportalen, weil so unterstützt ihr den Kanal auch beim Wachsen. Und auf Kommentare freue ich mich bei Instagram oder auch hier bei YouTube, wenn ihr die Folge über YouTube hört, was ihr zu dem Fall sagt, weil, ja, ich kann nur sagen, dieses Mädchen hat wirklich unfassbar, unfassbares Leid erlebt, wenn man sich das alles so vorstellt. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zu einer nächsten Folge. Eure Lia. Eure Lia.